Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und euch für die Genossenschaftsidee und vor allem für das tolle Projekt interessiert. Und es sind ja jetzt Projekte. Das finde ich noch besser. Ich habe ja schon so zwei, drei Sätze aufschnappen dürfen. Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Das klingt einfach. Warum lachst du jetzt? Genau, also einer der Aspekte, die wir jetzt vielleicht über die letzten, vor allem über die letzten zweieinhalb Jahre noch mal erleben durften, ist ja, dass ich sage jetzt mal Vereinzelung durchaus auch ein Randprodukt der Industrie ist. Also ich weiß nicht, ob euch das so weit gleich tut es euch jetzt einfach alle. Ihr könnt es dann nachher individuell entscheiden, aber da sind wir ein bisschen näher dran. Also Vereinzelung, der vereinzelte Mensch ist der bessere Konsument, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, ist planbarer. Wenn er dann noch Medikamente nimmt, ist es noch planbarer. Aber gut, da wollen wir nicht lang. Jetzt, was mir wichtig ist, ist eben, weil ich habe es mit Joachim und mit Nicole auch öfter mal davor gesagt, ihr seid nicht am Bitten. Ihr bittet den Menschen. Also vielleicht sitzt ihr jetzt hier und denkt, naja, die wollen jetzt was von mir. Und die Wahrheit ist, eigentlich wird euch was angeboten. Und das finde ich das Wichtige, dass man das versteht. Also ihr habt ja alle das Wertvollste investiert, was ihr habt, nämlich eure Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Ganz banal. Wird wahrscheinlich bei jedem von euch so gewesen sein. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt den Begriff Fiat-Geld? Fiat? Also Fiat, wer Fiat-Geld noch nicht geführt hat? Fiat Lux habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es werde Licht. Ja. Und Fiat-Geld bedeutet, es werde Geld. Also vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass dieses Geld nicht mehr real wertgedeckt ist. Also da ist kein Gold mehr dahinter oder sonst irgendwas. Also eure Lebenszeit ist momentan gebunden in diesem Geld. Wer von euch weiß denn gerade, wo seine Ersparnisse sind? Welche? Arschkeine. Das ist einfach dann. Aber sowas die gerade machen und so, wisst ihr auch. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber Klettgau, Erzigen wäre auch nicht schlecht. Das ist nämlich genau der Punkt. Also wir haben unsere Lebenszeit investiert, damit wir Geld verdienen. Das ist normal. Das hat man uns halt auch so beigebracht. So läuft der Hase halt. Und jetzt haben wir dieses Geld und wir haben es vorhin auch schon gehört. Also momentan, Geld ist nicht der Engpass. Geld gibt es mehr als je zuvor rund um den Globus. Die Frage ist, was ist es noch wert? Und dann kommen wir an den Punkt, wo jetzt eigentlich genau das Angebot da ist, was von der Genossenschaft kommt. Die sagt nämlich, wir bieten euch eine Sachanlage an. Was ist denn eine Sachanlage? Also ein Gebäude, was da schon seit ein paar hundert Jahren steht. Eine Photovoltaikanlage. Ein Restaurant. So, und der riesige Vorteil ist, wenn ich jetzt mein Geld in eine Sachanlage investiere, dann weiß ich, es hat einen Substanzwert. Da ist was dahinter. Und am besten ist es noch da, wo ich wohne und wo ich lebe und wo ich dran vorbeifahre und wo ich mich drauf freuen kann. Klettgau statt Cayman. Zum Beispiel. Gutes Logo, da passiert es schon. Siehst du, wunderbar. Klettgau statt Cayman. Also, und der Punkt ist der, und das ist das, was mir ganz wichtig ist zu verstehen. Ich frage jetzt nicht, wer von euch bei Amazon bestellt, weil ich bestelle auch ab und zu bei Amazon, wenn es schnell gehen muss. Aber wenn ihr bei Amazon was bestellt, dann ist das Geld, was ihr bezahlt, nicht mal mehr auf dem Planet. Klingt jetzt komisch, ne? Aber das verschwindet in irgendwelchen Umbuchungsalgorithmen. Die, die sich mit Computern auskennen, wissen das. Also dieses Geld ist weg. Wenn ihr einen Euro in eurem eigenen Dorf ausgebt, dann kann sich dieser Euro in einem Monat 5 bis 15 Mal bewegen. Das heißt, es sind 5 bis 15 Euro Wertschöpfung, die aus einem einzigen Euro entstehen, der lokal ausgegeben wird. Ist euch das bewusst? Das heißt, regionale Wertschöpfung ist ein ganz schneller Weg zu Wohlstand. Das klingt jetzt vielleicht bescheuert, weil eben wir waren natürlich an dem Punkt Gebäude, die aus der Nutzung gefallen sind, und da muss man sich halt bemühen und so weiter. Aber der Punkt ist der, was braucht man denn? Wir brauchen Wohnraum, wir brauchen Wärme. Wir brauchen kulturelle Versorgung. Also ich sage jetzt mal, wir fallen nicht tot um, wenn wir sie nicht haben, aber es ist schön. Es ist super, wenn man Treffpunkte hat. Und ich erzähle euch ein Beispiel von einer Mobilitätsgenossenschaft. Im Odenwald, da gab es das Problem, dass der Busverkehr hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Die haben gesagt, wir können es nicht mehr machen. Wir stellen das jetzt ab. Und dann waren die Leute von jetzt auf gleich damit konfrontiert, dass sie einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr hatten. und haben die eine Genossenschaft gegründet, um alle möglichen Arten von Verkehr, also privater Personenverkehr, dann Lasten, also der ganze normale Lieferverkehr und Postverkehr miteinander zu, so zu koppeln, dass man mit einem Ticket quasi von einem Punkt zum anderen kommen konnte, und zwar innerhalb von 15 Minuten. Ziemlich cool. Auch mit einer Genossenschaft organisiert. Das Spannende ist aber nicht nur, dass die das hingekriegt haben innerhalb von einem Jahr und dass das relativ gut funktioniert hat, sondern, dass innerhalb kürzester Zeit plötzlich mehr und mehr Projekte angefangen wurden. Dass plötzlich ein Angelteich gemacht wurde, dass plötzlich ein Waldkindergarten entstanden ist. Und wisst ihr warum? Weil die Leute zusammen im Auto gefahren sind und Zeit zum Quatschen hatten. Und plötzlich, oh, du kannst das? Ah, du kannst das? Oh, das ist ja super. Weil es geht nicht nur darum, dass wir unser Geld investieren in Sachanlagen, sondern es geht auch darum, dass wir bei den Sachanlagen schauen, wenn wir uns da treffen und unterhalten und austauschen, dann ist das nämlich auch Wertschöpfung. Das ist eine private Wertschöpfung, weil ich habe eine gute Zeit, ich habe gute Gespräche und ich triff Leute, die mit mir was bewegen wollen. Aber es kann auch sein, dass wir plötzlich feststellen, er hat noch einen Weiher und ich habe noch einen Bagger. Und in drei Monaten haben wir wieder einen Fischweiher und können da wieder was anbieten. Und das Spannende ist eben, und das ist das Prinzip, wo es dann eben zur Genossenschaft wird, wenn ich die Sachanlage darauf ausrichte, dass ich sage, was ich will, ist ein gutes Leben. Also was brauche ich eigentlich, um Klettgau-Erzing ein gutes Leben zu haben? Weil der Punkt ist ja der, ich kann es ja in eine Sachanlage investieren, Pfarrhof zum Beispiel, Linde zum Beispiel. Dann kann ich sagen, ja, aber da drin kann ich ja auch Wert schöpfen, da kann ich ja Geld verdienen. Wenn wir die richtigen Produkte finden, die richtigen Dienstleistungen. Ich mache zum Beispiel gerade im Südschwarzwald, in Gresken ein Projekt, da haben wir einfach rausgefunden, es gibt einfach keine ärztliche Versorgung mehr. Die Warteliste von unserem Landarzt beträgt sieben Jahre. Also kannst hoffen, dass du noch nicht gestorben bist, bis du den Terminkriegst. Es ist einfach so. Und ich meine, wir sind jetzt kein strukturschwacher Raum, das ist Landkreis Lörrach, ihr kennt es ja da, Wiesenthal hoch, bei Zell. Und da gibt es einfach nicht mal mehr einen Landarztplatz. Aber wir brauchen ja keinen Arzt, wenn wir Präventivangebote machen können. Wenn wir zum Beispiel einmal in der Woche dafür sorgen, dass ein Physiotherapeut da ist, so eine Ernährungsberatung machen. Und insgesamt uns einfach die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben? Weil der Punkt ist, jeder von euch gibt jeden Tag oder jede Woche auf jeden Fall mal Geld dafür aus, ein gutes Leben zu haben. Sei es einfach, um gesund zu bleiben, um was Gutes zu essen, um betreut zu sein, um Spaß zu haben und so weiter. Aber wenn ihr das Geld vor Ort ausgeben könnt, und das ist der Punkt bei der Genossenschaft, ihr müsst verstehen, dass die Genossenschaft euch selbst gehört. Ihr schenkt das Geld nicht der Genossenschaft, sondern ihr legt es in der Genossenschaft an. Also jeder Euro, den ihr in der Genossenschaft anlegt, gehört immer noch euch. Das ist euer Eigentum. Aber ihr gebt es in eine Gemeinschaft rein und die Gemeinschaft bewirtschaftet damit eine Sachanlage und verdient damit Geld oder nicht. Das entscheidet ihr mit. Wichtig ist, dass die Zielsetzung, die man dabei verfolgt, nämlich ein gutes Leben, etwas ist, was die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern ja ausmoderiert. Das haben wir ja schon angefangen. Was wünschen wir uns? Nicole, was war der Wunsch? Begegnung. Begegnung. Aha. Kultur. Kultur. So, können wir das im Fahrhof machen? Schon, oder? Ja, gut. Ihr habt die Chance, dass Leute sich schon auf den Weg gemacht haben, die Lust darauf haben, die sich engagieren und die sehen, es ist hier was, wir haben hier Ortskerne, wir haben schon die Tendenz dazu, dass Sachen leer stehen und dass es langweilig wird, durch die Innerdörfer zu fahren. Du hast zu Donut-Geschichten noch eine, da darf ich die Krapfen-Metapher nehmen. Da ist sie aufengelassen. Also der Donut, der Donut bedeutet im Prinzip, dass alles nach außen abwandert in den Dörfern. Ihr kennt es mit diesen ganzen, ich nenne sie immer Legoland, die Neubaugebiete außen. Aber eigentlich sollte ein Dorf ein Krapfen sein, die süße Füllung sollte in der Mitte sein. Ja, ein Pfarrhof, eine Linde, das sollte eigentlich die süße Füllung sein, wo man weiß, höh, cool, da kann ich hingehen, da höre ich gute Musik, da kann ich auch mal einsaufen, da treffe ich die richtigen Leute. Und deswegen ist es völlig egal, ob wir Dividende zahlen oder nicht, das hast du es gerade vorhin schon genau richtig gesagt, das Rössele zahlt keine Dividende, das Rössele ist die Dividende. Und am Ende des Tages ist der Deal, der dabei entsteht, eigentlich der, das Geld gehört euch weiterhin. Aber ihr habt es halt nicht mehr auf irgendeinem Versicherungspaket oder bei irgendeiner, keine Ahnung, Anlageberatung oder von Caymans, sondern ihr habt es halt in lokalen Genossenschaften investiert. Und diese lokalen Genossenschaften können eben auch noch ganz andere Sachen machen, die können Strom produzieren, die können Energie produzieren, die können Ausbildungsplätze schaffen, die können den Jugendlichen, den jungen Menschen eine Perspektive geben, überhaupt einen Arbeitsplatz der Zukunft zu kriegen, weil ein, ich habe eine Zahl, muss ich euch noch um die Ohren hauen, 70% der Jobs, die unsere Kinder mal machen werden, gibt es jetzt noch nicht. Wir stehen momentan, also ich will jetzt hier nicht den Prediger mimen oder so, Entschuldigung, ich habe es mit Fiat Lux an, aber okay, ihr seht ja momentan, was da draußen los ist. Wir stehen momentan an einem der größten Transformationsschritte, den wir gesellschaftlich je gesehen haben. Das gab es noch nie. Deutschland ist kein Produktionsstandort mehr. Ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist. Aber die große Industrie, die wir noch haben, die gehört zu großen Teilen nicht mehr uns. Und der Mittelstand, okay, der trägt das Land noch, das Handwerk knirscht schon, würde ich vorsichtig sagen, weil so viel, wie gebraucht wird, kann es nicht mehr leisten und von den Landwirten will ich gar nicht anfangen. Und mit solchen regionalen Entwicklungsgenossenschaften kann man genau diese Menschen, die genau diese Dienstleistungen, ich meine Nahrungsmittel zu produzieren, wo ihr lebt, was glaubt ihr, wie wichtig das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Glaubt ihr, das wird weniger wichtig in der globalisierten Welt? Das ist ein Warnschuss, den wir da vor den Bug gekriegt haben. Das war noch nicht, der war noch nicht hart geschossen. Also ich will jetzt nicht, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht mit der schwarzen Farbe rummalen, okay. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass das, was wir momentan mit der Inflation sehen, ist nichts anderes als eine Bereinigung, weil dieses Geld war nie wertgedeckt. Deswegen habe ich vorhin dieses, das klingt ein bisschen lustig, Fiat Lux, es werde Licht, Fiat Geld, es werde Geld. Aber am Ende des Tages ist einfach keine Substanz dahinter, so leid es mir tut. Und damit wieder eine Substanz ins Geldsystem kommen kann, brauchen wir Menschen, die sagen, ich übernehme die Verantwortung und biete den Menschen um mich rum Wertschöpfung an. Wertschöpfung in Form von Gebäuden, in denen Begegnung stattfindet, in denen Werte vermittelt werden, in denen sich Menschen treffen können, um noch mehr zu machen, um sich besser zu fühlen. Also einfaches Beispiel, altersgemischte Wohnprojekte. In England hatten sie einen Wasserschaden in einem Studentenwohnheim. Und da haben sie die Studenten kurzfristig im alten Wohnheim untergebracht. Und in dem Flügel, wo die Studenten untergebracht waren, ist plötzlich die Sterblichkeit um 30% runtergegangen. Und alle so, hä, was ist denn da los? Und dann hat man festgestellt, naja, ist ja klar, wenn man die Alten wieder mit den Jungen zusammenbringt und Begegnungsflächen schafft, dann springt der Funke, dann macht das Leben plötzlich wieder Spaß. Und man hat eben die Möglichkeit, in diese gemischten Gemeinschaften wieder reinzufinden, weil viele Familienverbünde sind in den letzten Jahren, mal vorsichtig gesagt, aufgeweicht, wenn nicht aufgeflogen. Und wo wir hinsteuern, sind Wahlgemeinschaften. Ja, das ist auch in Ordnung. Also wenn man aus der Zwangsgemeinschaft, aus der Familiengemeinschaft, in der man sich vielleicht nicht so wohl fühlt, in eine Wahlgemeinschaft wechselt, ist das auch okay. Das macht nichts. Dann ist man halt Großmutter von einer anderen Familie. Und man hat vielleicht den Kindergarten unten drin und man hat vielleicht einen Streichelzoo unten drin, man hat vielleicht ein paar Gemüsebeete im Garten. Und egal, wer gerade Lust drauf hat, natürlich muss man es organisieren. Natürlich ist es auch teilweise mühsam. weil wir, und deswegen habe ich mit dem Beispiel vorhin angefangen, die letzten zweieinhalb Jahre waren jetzt nicht unbedingt kooperationsfördernd. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und insgesamt ist es einfach etwas, von dem ich halt sage, ich finde es sehr, sehr traurig, weil Kooperation ist eigentlich genau das, was eine Gesellschaft ausmacht. Das ist das, um was es eigentlich geht. Und es ist völlig egal, von welcher Hautfarbe wir reden oder von welcher Region wir reden, aber wenn man sich mit der Region, mit der Scholle, mit dem Boden identifiziert und das habt ihr hier, dann hat man schon mal auf jeden Fall eine Verbindung miteinander. Und wenn man dann was macht, um diesen Boden zu entwickeln in seinem Wert und da gibt es zum Beispiel momentan ganz viele Möglichkeiten, auch den Landwirten direkt zu helfen, damit sie wieder einen anständigen Job machen können, damit sie wieder Nährstoffe in den Boden einbringen können und gesunde Lebensmittel produzieren können und das ist alles eine Sachanlage und die liegt direkt vor eurer Nase hier in der Region, in der ihr lebt. Aber es geht halt darum, die Verantwortung dafür zu übernehmen und Menschen zu haben, die sagen, okay, wir können eine Genossenschaft bauen, wir können eine Genossenschaft auch so bauen, dass sie mit vielen verschiedenen oder mit mehreren verschiedenen Themen klarkommt, weil das ist im Prinzip, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe da noch, ich habe bis vor anderthalb Jahren noch in Forschungsprojekten gearbeitet und eins davon war das Projekt CODA, CODA-EG, kommunale Daseinsvorsorge Genossenschaften. Da ging es darum, dass wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung Geld bekommen haben, um rauszufinden, ob die Bürger die Daseinsvorsorge, also Daseinsvorsorge ist alles, was Grundversorgung ist, Wohnraum, Straßen, Massen, Gesundheit und so weiter, ob die Bürger diese Daseinsvorsorge wieder selber stärker in die Hand nehmen wollen und unser Forschungsergebnis war ja und dann habe ich meinen Professor angeschaut und gesagt, cool, das machen wir jetzt, oder? Er sagt, ja nee, das ist ja kein Job für die Forschung und er sagt, aber wir haben doch das Geld gekriegt vom Staat, das ist ja Steuergeld und er sagt, ja, ja, das haben wir gekriegt, um die Forschung durchzuführen und wer macht das jetzt? Ja, keine Ahnung, so, jetzt stehe ich hier, also anderthalb Jahre später, gut, mittlerweile sind schon einige Genossenschaften gegründet, also ich mache das als Gründungsberater, eben wie du vorhin schon so schön gesagt hast, weil es sieht erst mal riesig aus, man denkt, oh Gott, diese ganzen Papiere und Gründungsdokumente und all das, das erschlägt ein, weil man muss das alles liefern, deswegen ist die Genossenschaft übrigens auch die insolvenzsicherste Geschäftsform überhaupt mit weniger als 0,5% Insolvenzen, also auch nochmal zum Thema Anlagesicherheit, wo ist das Geld? Dann ist es einfach so, man hat einen Verband und der Verband prüft einen auch und das ist auch richtig, weil der Verband schaut, macht der Vorstand seine Aufgabe richtig, macht der Aufsichtsrat richtig, entwickelt sich das in die richtige Richtung. Auch da haben wir wieder ein Monitoring und einen Schutz von dem Geld mit drin und hier, und deswegen habe ich hier ein gutes Leben hingeschrieben, hier entsteht was ganz Wichtiges und was ganz Spannendes, es entsteht nämlich eine Diskussion darum, was macht für uns eigentlich ein gutes Leben vor Ort aus? Was wollen wir eigentlich? Was brauchen wir, um ein gutes Leben hier zu führen? Ist es bezahlbarer Wohnraum? Sind es Pflegestellen? Sind es gute Nahversorgungsangebote? Sind es gute Gastroangebote? Oder ist es am Ende alles zusammen, aber halt in einer gewissen Reihenfolge umgesetzt? Und wenn man miteinander schwätzt, dann findet man auch raus, was man unter einem guten Leben versteht. Und dann findet man auch raus, wie man es angehen kann. Und dann entsteht daraus ein Weg und dann kann man rausfinden, ah, der erste Schritt, der uns der Sache am schnellsten näher bringt, ist zum Beispiel eigene Energie. Und mit dem Beispiel mag ich schließen. Früher das älteste demokratische Element im Dorf war das Feuer. Die Menschen saßen ums Feuer und sie waren alle gleich und sie waren alle auf Augenhöhe. Und jeder konnte seine Geschichten erzählen. Das Feuer war das Zentrum vom Dorf. Eigentlich ist der Strom, der jedes Haus miteinander verbindet, ohne dass man es wahrnimmt. Eine ideale Grundlage, ein Teil zum Beispiel, wo man sagen kann, Strom kann das neue Feuer sein, wenn es der eigene Strom ist. Wenn man sagen kann, oh, den haben wir gemacht für uns, wir kaufen uns selbst. Achtung! Wenn ihr die Besitzer der Genossenschaft seid und ihr bezahlt eure Stromrechnung dann bei der Genossenschaft, dann bezahlt ihr den Strom bei euch selbst. Wenn ihr ein Hotel oder ein Restaurant besitzt und ihr geht dort essen, dann bezahlt ihr das Essen an euch selbst. Zumindest immer an dem Anteil, den ihr an dieser Genossenschaft haltet. Es ist euer Geld, es ist da investiert, wo ihr seid. Und ihr seid eure eigenen Kunden. Das muss man einfach erstmal gelten lassen. Natürlich muss da Arbeit gemacht werden. Natürlich muss da ein bisschen was passieren. Aber das Wichtige ist, eine Genossenschaft ist die Chance, sein Geld da zu investieren, wo man lebt und dort dazu beizutragen, ein gutes Leben zu haben und nicht nur für sich. Und ob das zeitgemäß ist, sich momentan aus den globalen Märkten rauszukaufen oder nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Aber Strom selbst zu produzieren und Essen und anständigen Wohnraum und gute Pflege und Kulturangebote, wo ist denn das Risiko? Und das ist mir das Wichtige. Bitte wertschätzt, dass es Menschen gibt, die ihre private Zeit opfern, die ins Risiko gehen, um euch so ein Angebot zu machen. Und es braucht Menschen, die es betreiben und es braucht Kunden, die dann dort auch kaufen. Das ist nicht die Frage. Aber am Ende des Tages ist es nicht eine Luftnummer, in die das Geld investiert wird, sondern da stehen Steine und die stehen da schon seit wie vielen Jahren? 1580. Weißt du, so 600 Jahre. Also ist eigentlich nicht schlecht, bei der Linde ist es jetzt nicht ganz so lang, aber immerhin. Und das ist das Wichtige. Also versteht, bei der Genossenschaft ist es nicht so, dass jetzt da jemand ist und der sagt, ich hätte jetzt gern was von euch und dann macht ihr das für mich, sondern das sind Dienstleister. Die haben schon ganz viel ihrer persönlichen, ihrer Lebenszeit, ihres Herzbluts, ihrer Freizeit. die wir ja auch alle gern mal haben, investiert, damit überhaupt so ein Angebot zustande kommt. Es macht natürlich auch Spaß. Mehr machen das ja nicht. Sehr schön. Klar, natürlich. Es ist ja der soziale Aspekt und eben, also ich könnte euch ganz viele, ganz schöne Geschichten erzählen, auch von Genossenschaften, die Zukunftsregionen, von der du gerade gesprochen hast. in der Nordpfalz haben wir gerade wirklich einen schönen Bundesfördertopf bekommen und es gibt natürlich auch Landesfördermittel, es gibt Bundesfördermittel für solche Projekte. Daseinsvorsorge übrigens, vielleicht auch noch ein kleiner Ausflug. Die Daseinsvorsorge ist eigentlich der Grund, warum ihr Steuern zahlt. Ja, das heißt, wenn man so eine Genossenschaft entsprechend konstruiert und sagt, diese Genossenschaft soll ihre Mitglieder fördern, diese Genossenschaft soll so stark wie möglich in ihrem Inneren die Geschäfte tätigen. Ja, und die Leute, die mitarbeiten bei der Genossenschaft zum Beispiel, die bekommen, wenn sie was wieder zurückbekommen, weil man muss ja unbedingt, nicht unbedingt das Geld aufs Girokonto überwiesen bekommen, weil wenn ich ein Guthaben habe, dann gehe ich halt da rein und isse was und sage, zieh es von meinem Guthaben ab. Das ist nachvollziehbar, dass man innerhalb von der Genossenschaft ein Konto hat, ein Mitgliedskonto und auf der ist ein Guthaben drauf und dann verbrauche ich das Guthaben in der Genossenschaft. Hat so seine Vorteile. Wenn die Genossenschaft dann trotzdem, wenn ich jetzt mitarbeite, wie du zum Beispiel, und sage, jetzt brauche ich halt mal 500 oder 1000 Euro und ich habe mitgearbeitet und ich habe Anteile an der Genossenschaft, dann kann die Genossenschaft mir dieses Geld auch als genossenschaftliche Rückvergütung wieder ausbezahlen, weil ich habe ja Umsätze bei dieser Genossenschaft gemacht, die sind steuerfrei. Also wenn man es richtig macht und die Daseinsvorsorge für sich richtig aufbaut, und das ist das zentrale Thema, und sagt, was sind die verschiedenen Dienstleistungen, was sind die verschiedenen Services und die Produkte, die wir haben wollen und mit denen wir vor Ort eben uns selber versorgen möchten, dann kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das, was ich im Innenverhältnis in der Genossenschaft umverteile, nicht versteuern muss, weil es fließt von Mitglied zu Mitglied. Und der Paragraf 1 des Deutschen Genossenschaftsgesetzes besagt, das oberste Prinzip der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder. Dazu sind sie da und da steht nicht wirtschaftliche Förderung, sondern Förderung im ganz allgemeinen Sinn und was wir in den jeweiligen Genossenschaften unter Förderung verstehen und da zeige ich wieder auf dieses gute Leben, das darf die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern ausmoderieren. Das kann jede Genossenschaft selbst festlegen und das kann man dann auch entsprechend bei den Finanz- und bei den Registerbehörden durchsetzen. Habe ich jetzt schon dieses Jahr siebenmal getan. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas.